Random Talk Nummer 8! Jawohl, hier gleich neben mir sitzt, ja Namen habe ich noch nicht gegeben, aber hier sitzt ein Pferd. Die Pferdemaske habe ich bekommen, so, so funktioniert das, wunderbar, habe ich gekauft bekommen bei der letzten Gamescom von Heinrich Dirk, Heinrich Dirk. Ja, wir hatten schon sehr viel Spaß, auf der letzten Gamescom haben wir zu Tronimel getanzt, Heinrich war auch noch auf einer anderen Bühne, ich glaube wir waren auf sehr vielen Bühnen mit diesen Masken, weil wenn man so eine Maske auf hat, dann kann man überall hin, man ist dann quasi unsichtbar. Kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil dann sieht man mich nicht. Vielleicht bei der nächsten Gamescom, vielleicht sieht man sich da, also ihr mich dann halt nicht, aber wenn euch dann ein Pferd entgegenkommt, das bin ich oder Heinrich.